hallo zusammen hier sind mal wieder die aussätzigen zauberer und heute mit der Joan. Irgendwo habe ich es mir aufgeschrieben, Moment, ach, den Wes. Ich kenne ja nicht jeden, der hier mitmacht, mein Gott. Ja, das stimmt. Die Gäste, wie üblich stellen wir die auch nicht vor. Die fliegen ja hier rein und raus, wie fliegende Toaster. Genau, das ist ja nach der Dunkelheit sozusagen. Ja, irgendwie haben wir uns ins Schlamassel geritten, indem wir gesagt haben, wir machen jetzt dieses Standard-Datenschutz-Modell. Deswegen kommt dann nachher auch der zweite Teil, aber zuvor mal so kurz, was ist so los momentan, was ist so aktuell? Es gibt wieder eine Strafe auf Grundlage der DSGVO. Die AOK in Baden-Württemberg hat eine Strafe von 1,2 Millionen Euro eingefahren für einen Datenschutzverstoß. Und zwar haben die Folgen das gemacht. Die haben ein Gewinnspiel gemacht, machen viele. Und beim Gewinnspiel, so weit kommen die meisten, schreiben sie ihre Datenschutzregelung mittlerweile drauf. Und dann kann man ankreuzen, sozusagen, ich nehme ein Gewinnspielteil, ich will aber auch Werbung und so weiter. Und das ist wohl dort auch so gewesen. Und die haben auch diese Daten dann verwaltet mit den Kreuzchen, haben sie aber ignoriert. Das heißt, die haben allen Leuten Werbung geschickt, von denen sie die Adresse hatten und eben nicht nur denen, die gesagt haben, ich will auch Werbung von euch kriegen. Und das ist natürlich dann schon problematisch, weil Einwilligung nicht gegeben. Also, was sich damit eigentlich sehr, sehr schön oft zeigt, ist, dass eben wunderbar, wenn man eine Einwilligung einholt, aber man muss dann natürlich auch bitteschön auswerten, was derjenige getan hat. Also, ob er eingewilligt hat oder nicht und dementsprechend auch die Prozesse dahinter steuern. Das macht ja nichts. Es ist ja keine gute Idee, zwar zu fragen, bist du damit einverstanden, wenn wir dir Werbung schicken und er sagt im Prinzip nein oder hat nicht eben direkt eingewilligt und dann trotzdem Werbung bekommt, kommt halt nicht gut rüber. Genau. Und das ist, ich weiß es nicht. In dem Fall waren es wie viel? 1,2 Millionen irgendwie sowas? Strafe meinst du? Ja. 1,24 Millionen Strafe, wo ich jetzt sage, zu viel ist das auf jeden Fall nicht. Ja, das kommt drauf an. Ja, okay, 500 Teilnehmer ohne Einwilligung waren es, dann könnte man sagen, ja, aber wenn man jetzt so guckt von der Größe, das ist ja eins der grundlegendsten Dinge. Das heißt, du sagst, ich mache was auf Einwilligungsbasis und ignorierst das, das ist schon heftig und wie du schon angesprochen hast, das ist ein häufiger Denkfehler. Also, es ist nicht nur, ich weiß nicht, ob das online lief, ich vermute mal, wenn es so online ist, es nicht nur die Daten abspeichern, sondern halt auch den Umgang damit zu regeln. Das ist jetzt nicht unbedingt, glaube ich, ein IT-Problem oder irgendwas, es sei denn, die hätten es nicht abgespeichert richtig, dann wäre es beim Scannen gewesen, aber das zeigt halt den ganzen Prozess angucken von vorne bis hinten und dann halt auch klären, wer hat Zugriff auf welche Daten und wofür, nimmt man Zweckbindung und Einwilligung, hat man auch letztes Mal schon gesagt, machen viele verkehrt. Ja, das war das eine. Genau, und das andere war in der Tagesschau relativ groß, die Geschichte mit den Sprachassistenten, die ja Mikrofone drin haben, um irgendwie zu reagieren, wenn man mit ihnen reden möchte, um Informationen zu bekommen. Und da ist wohl rausgekommen, die haben die ganzen Zeugse da mal sich ein bisschen näher angeguckt, dass die die Mikrofone aufhaben, auch wenn eben nicht diese, ich sag jetzt mal Schaltworte oder Wörter genannt werden, die sie dazu veranlassen sollen, im Prinzip zu lauschen, sondern die haben ständig irgendwelche Gespräche mitbekommen, mit aufgezeichnet und letztendlich wohl wahrscheinlich auch ausgewertet. Also das ist so, ja, wenn ich so einen Lautsprecher habe, der zuhört, der hört halt zu, deswegen habe ich so ein Ding nicht, weil ich traue dem nicht, weil das Einzige, was mir helfen würde, ist so ein mechanischer Schalter, wo ich weiß, der Lautsprecher ist unterbrochen, aber nicht mal dem traue ich, weil ich nicht weiß, wie der Hersteller den eingebaut hat. Da würde ich zumindest mal einen Test sehen wollen, dass überprüft wurde, dass der Schalter auch ausschaltet oder so. Und das ist, ja, da halten sich die meisten Unternehmen nicht dran und dann haben sie auch mal getestet sozusagen die Genauigkeit, weil es gibt ja quasi zum Start der Aufnahme Schlüsselwörter und die reagieren halt dann auch noch auf ähnliche. Was, wenn man weiß, wie die Technik funktioniert, jetzt nicht unbedingt überrascht und das ist halt gut, wenn sowas mal untersucht wird, dass es sozusagen so mal einen Test gibt. Und da wurde von, was war das, Max-Planck-Institut und Bochum, Uni in Bochum, die haben das getestet und haben halt mal verglichen sozusagen auch mit deutscher Sprache in Deutschland, weil die sind nicht unbedingt auf deutsch optimiert und mit irgendwelchen Sachen ausprobiert, sozusagen, wie wird das Wetter am Sonntag oder so ähnlich, was war das, Tagesschau-Vorhersage, am Sonntag hat Amazon irgendwie aktiviert. Also, dass quasi die Wörter auch da voll daneben liegen können, weil das halt eine bestimmte Bambreite hat und was auch wieder interessant war, ja, da hören auch Leute mit, um die Qualität zu verbessern, weil die Technik musst du irgendwie anlernen und du brauchst auch Leute, die trainieren und das sind auch Leute, die zuhören. Ja, manche Firmen haben gut, manche schlecht beantwortet, manche haben, ja, muss man mal gucken, ich hoffe, da gibt es dann auch Reaktionen und dass da irgendwie was gemacht wird. Was ich auch spannend fand, ist Xiaomi, die Kinesin, die haben gesagt, wir stellen keine Geräte für den deutschen Markt her, wenn sich die jemand hier aufstellt, dann hat der die Beschreibung nicht gelesen, weil das können wir gar nicht, das heißt, wir können das gar nicht steuern, wenn ihr in eurer Sprache da redet. Keine Ahnung, was da rauskommt, weil die sind nicht für Europa gedacht und die werden auch nicht für Europa gebaut und sollen da auch nicht verkauft werden. Das ist so ein Punkt, wo man halt auch merkt, dass jetzt der Hersteller, wir haben halt ein weltweites Handelssystem und man kauft sich jetzt da, wo man will oder wo es billig ist, was Vorteile hat und an mancher Stelle halt auch Nachteile. Man erwartet es halt auch nicht mehr. Also wenn du heute dir Elektronik kaufst, vollkommen egal, was es ist, für den, sag jetzt mal, Markt, den man üblicherweise so anspricht, Amerika, Europa, Asien, geht man eigentlich davon aus, dass das überall halt funktioniert. Manchmal vielleicht nicht unbedingt in der lokalen Sprache, aber dann doch irgendwie einigermaßen angepasst. Und das ist halt nicht einfach, ich sag jetzt mal, Natur gegeben, dass das so ist, sondern das sind wir einfach nur so gewohnt. Und deswegen kann es natürlich auch mal sein, dass sowas genau eben nicht gemacht wird. Dass so ein chinesischer Hersteller ganz klar sagt, nö, ist für den asiatischen Markt gedacht, vielleicht sogar nur für den chinesischen. Haben wir gar nicht für Europa oder USA angedacht. Das rechnet halt einfach keiner mit. Was ich auch ganz lustig finde dabei ist eben auch diese Aussage, dass da unter Umständen halt wirklich Personen sitzen und dazuhören, um die KI anzulernen, um die KI zu verbessern. Die kann das ja nicht von selbst. Also das ist auch immer wieder so ein Trugschluss, der so durchschlägt. So eine KI muss im Prinzip erstmal angelernt werden. Die muss erstmal wissen, welche Worte da gesagt werden, welche Sinn hinter den Sätzen steht. Oder eben bei Fotos kennt man das ja, diese tollen Bilder, wo man dann anklickt, was weiß ich, wo sind überall Ampeln und so ein Kram. Da hat man ja gerne, nicht nur zur Authentifikation, ist das kein Roboter, der sich da gerade einloggt, sondern ist das wirklich ein Mensch aus Fleisch und Blut. Hat sich ja herausgestellt, dass das oft auch verwendet wird, um KI anzulernen. Also dass die da Bilder schicken und dann im Prinzip derjenige aufgefordert wird, die Bilder rauszusuchen und das eigentlich als Grundlage für KI dann weiterverwendet wurde. Also solche Dinge, die müssen halt gemacht werden und jetzt haben die da irgendwelche Leute sitzen, was ich schon ziemlich erschreckend finde, weil so eine KI, vollautomatisierter Prozess, das ist ja auch etwas, was man im Datenschutz immer wieder gerne hört und auch gerne diskutiert wird, vollautomatisierter Prozess ist weniger kritisch wie ein eben nicht vollautomatisierter Prozess im Sinne von Interpretationsbandbreite ist halt geringer. Und das ist halt hier genau nicht gegeben. Also dass da irgendwelche Leute, das Mikro ist auf und dann, ich sage jetzt mal übertrieben, ins Schlafzimmer hören oder so, finde ich schon relativ unangenehm. Ich lese mal ein Stück vor dieser Meldung, da steht auch drei ehemalige Beschäftigte von Firmen, die für Apple und Amazon solche Aufnahmen überprüft haben, also die machen das nicht selber, Subunternehmer von den Firmen, schildern, wie sie intime Momente der Menschen mitgehört haben. Sie berichten von abgeschlauchten Gesprächen mit medizinischem Personal, sowas steht ja auch eventuell in der Arztpraxis rum oder im Krankenhaus. Geschäftsbesprechungen, Meetingräume, also Besprechungsräume steht sehr oft so ein Zeug auch rum und aufgezeichneter Streit oder auch Sex. Also das ist, ja, die Dinger stehen halt überall rum und die Mikros sind gut, weil die spielen Musik. Man kann da auch laut machen, man kann ja mit Sprachbefehl lauter und leiser machen. Und wenn die während die Musik abspielen auch noch dich verstehen sollen, müssen das gute Mikrofone sein. Also da ist nicht irgendwie so ein schlechtes Bildung-Mikrofon drin. Ja, es ist kein Plastikrahmen drin, ich sage jetzt mal für 0815-Mikros, sondern was da sehr häufig verwendet wird, sind ja auch so Mikromatrizen. Ja, also dass dann wirklich nicht nur ein Mikro drin ist, sondern 4, 5, 6, je nachdem, die dann im Prinzip einen räumlichen Eindruck des Schals auch erfassen, um zum Beispiel auch die Soundqualität zu verbessern. Die machen das ja nicht nur, um dich zu hören und Befehle abzufangen oder so, sondern im Prinzip auch den Sound an den Raum anzupassen. Also wenn du dir das Teil davon Apple anguckst, das hatte ich mir mal ein bisschen genauer angeschaut, und da wird also wirklich auch der Stereo-Effekt und auch der Effekt im Raum tatsächlich mit sogenannten Messmikrofonen verbessert, ja, und die sind da fest eingebaut. Also es ist nicht nur ein Mikro, was da drin hängt, sondern es sind schon ein paar, ja, es ist auf jeden Fall erschreckend. Und die Dinger stehen wirklich überall rum, man denkt dann irgendwann auch nicht mehr dran, dass man da sowas rumstehen hat. Und ja, ich sage jetzt mal, was ja auch häufig passiert, so Technik, die eingesetzt wird und sowas wie, ich sage jetzt mal, jeden Tag genutzt wird oder eben dann auch nicht mehr genutzt wird, aber einfach immer vorhanden ist, die wird dann auch gerne mal aus dem Blickfeld verloren. Ich erinnere mal nur an die Videokameras in Laptops, heutzutage überall eingebaut, auch in den iPads und Telefonen. Überall sind da Kameras drin. Mittlerweile gehen wir einfach davon aus, dass die halt überall sind. Und es gibt einige Hersteller, die mittlerweile schon wieder ein bisschen was dafür tun, sowas auch wirklich physikalisch abzuschalten. Also einen Schieber davor zu machen, hat man, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Und es soll wohl jetzt auch Hersteller geben, ich glaube, Apple hat da auch was zugeschrieben, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber die dann tatsächlich Hardware-Schalter einbauen wollen für Mikrofone. Das macht auch Sinn, weil das Problem ist halt, wie willst du es kontrollieren? Also deswegen benutze ich auch am liebsten so einen Schieber über der Kamera, weil dann sehe ich, wenn der zu ist und ich kann den zumachen. Also das ist so, das kann man auch verstehen. Alles andere musst du glauben. Also das ist sozusagen, wie kannst du das auch dem Benutzer nahelegen? Außer du hast so Leute wie Fixit oder so, die das Ganze, den ganzen Rappel mal auseinandernehmen und gucken, ob es denn wirklich so ist, wie gesagt wird. Gut, genau. Und dann, warte mal, ich hatte noch irgendwas, hatte ich eben im Blickfeld. Mal ganz schnell draufgehen, was ich zumindest mal interessant fand, weil wir es hier in dem Umfeld Standard-Datenschutz-Modell auch haben. Und zwar war das die Meldung von dem Bundesdatenschutzbeauftragten zum Thema Anonymisierung. Da hatten wir, glaube ich, das letzte Mal auch mal ganz kurz was zu gesagt. Dieses Positionspapier meinst du? Genau, Positionspapier zur Anonymisierung. Und da, wir verlinken das ja wieder, den Link schmeißen wir mit rein. Thema finde ich deswegen ganz interessant, weil zum einen ja in der Datenschutz-Grundverordnung zur Anonymisierung, also der Begriff Anonymisierung kommt gar nicht vor, außer einmal in den Erwägungsgründen. Ansonsten im Text sonst nirgendwo, weil anonyme Daten ja keine personenbezogenen Daten sind und damit nicht unter die DSGVO fallen. Aber, und da weise ich immer gerne wieder drauf hin, weil das oft vergessen wird, vernachlässigt wird, um an anonyme Daten zu kommen, muss man natürlich schon auch gucken, wie denn anonymisiert wurde, wo anonymisiert wurde und ob das effektiv ist und dem entspricht, was man, ja, ich sage jetzt mal als Ergebnis dann auch tatsächlich haben will. Da geht er auch ein bisschen drauf ein. Finde ich auf jeden Fall ganz wichtig, weil das auch mitunter ein Punkt ist, der in der, ja, im, in der Datenschutzfolgeabschätzung ganz wichtigen Teil einnimmt, meiner Meinung nach, sehr, sehr gutes Beispiel im Moment, die Corona-Warn-App. Also das Papier, oder er veröffentlicht das, der Bundesbeauftragte für Datenschutz- und Informationsfreiheit, da gibt es quasi, das verlinkt man so, Anonymisierung, eine Standortbestimmung zwischen der Datenschutzgrundverordnung und dem Telekommunikationsgesetz. Das Schöne ist, da gibt es das Positionspapier und dann sind sämtliche Stellungnahmen auch da. Also es ist eine Menge Lesestoff, aber wer da mal reingucken muss, reingucken will, müssen. Oh, der muss. Ja, weiß ich. Wir müssen da öfter reingucken in sowas. Aber wer sich mal für sowas interessiert, also das ist nicht schlecht, dass da sozusagen auch die Bandbreite ist. Da kann man dann auch gucken, sozusagen verschiedene Blickwinkel, wer hat welches Interesse. Also da sind sozusagen Fachleute, dann aber auch der Dialog-Marketing-Verband, also sozusagen die Werbeindustrie, dann Unternehmen, DIN-Normenausschuss, dann Versicherungswirtschaft, aber auch Internetwirtschaft und auch Universitäten. Also das sind die verschiedensten Sachen. Und finde ich gut, dass das transparent gemacht wird und so veröffentlicht. Das ist natürlich auch zu erwarten, denn er heißt ja nicht nur Bundesbeauftragter für den Datenschutz, sondern auch für die Informationsfreiheit. Und das ist genau das Thema, Informationen auch für die Bürger verfügbar machen und Transparenz zu bieten. Und von daher, ja, sehr guter Hinweis. So, dann können wir mal überschwenken zum SDM, zum Standard-Datenschutz-Modell. Wir haben das letzte Mal uns da ja schon mal vorgearbeitet. Und zwar sind wir eingestiegen in dieses Standard-Datenschutz-Modell und haben quasi mal angefangen zu erklären, was ist das überhaupt, haben dann den Teil A besprochen. Das ist die Beschreibung, was ist das überhaupt, wie wendet man es an, wie ist es strukturiert. Sind kurz auf die Gewährleistungsziele eingegangen. Und dann ging es in den Teil B, die zentralen datenschutzrechtlichen Anforderungen. Wir haben auch schon immer Beispiele reingebracht. Und das Schöne ist, es ist sozusagen von diesem Aufbau her, geht es quasi dann auch weiter. Das heißt, dieses Kapitel, wo wir jetzt einsteigen, ist das Kapitel C, die Systematisierung der Anforderungen. Da geht es nochmal um die Struktur und die Gewährleistungsziele. Ist auch, eignet sich eigentlich für so einen zweiteiligen Podcast ganz gut oder mehrteiligen Podcast. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ja. Und ja, ich habe schon wieder eine Idee. Ich habe das beim Durcharbeiten eine Idee. Nee, da kann man sozusagen dann weitermachen sozusagen. Da sind am Schluss noch ein paar Hinweise, wo man sagt, okay, da kann man auch mal eine eigene Sendung draus machen, wo es komplizierter wird. Und geht quasi jetzt nochmal um diese Gewährleistungsziele als gute Wiederholung, Einstieg. Viele Dinge hat man bestimmt schon mal gesagt, aber das hilft ja, wenn man es nochmal hört. Und dann geht es im Kapitel D um die praktische Umsetzung. Und dann gibt es noch ein Kapitel E mit den organisatorischen Rahmenbedingungen. Das sind quasi dann, ja, das ist jetzt nicht mehr so spannend. Da gibt es zum Beispiel ein Delta von der letzten Version. Also das ist ja der Wurf jetzt 2.0. Und das ist quasi dann der Unterschied zu den vorhergehenden zwei Versionen. Das ist jetzt nicht so spannend. Da wird man jetzt nicht so tief reingehen. So, jetzt muss ich gleich eine Kapitel magesetzen nach dieser Einleitung, dass man dann auch schön hinspringen kann, wenn man mal was nachdenkt. Der Wess ist so neue Technik gar nicht mehr so richtig gewohnt, oder? Tja, ja. Also, Teil C. Fängst du mal an, Joan. Ja, also die Teil C ist Überschrift, ich lese sie mal kurz vor, weil ich glaube, das ist dann schon ziemlich deutlich, Systematisierung der Anforderung der DSGVO durch die Gewährleistungsziele. Also hier geht es dann tatsächlich um die Zuordnung eben dieser Gewährleistungsziele in Richtung Datenschutzgrundverordnung, damit da auch die Bindung da ist und klar ist, wie hängt das denn alles zusammen und ist es denn vollständig und deckt es das ab, was wir eigentlich erreichen wollen mit der Datenschutzgrundverordnung. Und ja, im Prinzip wird noch mal ganz kurz erklärt, warum und wieso man das braucht, also diese Systematisierung. Systematisierung und ich finde den Einstieg da recht schön, weil es genauso aus der Praxis, jeder, der so in praktischem Datenschutz tätig ist, der weiß ja, das ist deswegen ein super interessantes Umfeld, weil es im Prinzip zwei grundsätzlich unterschiedliche Anforderungen braucht, nämlich einmal, du brauchst den Techniker, der versteht, wie was funktioniert, wie was umgesetzt werden kann technisch, ob es denn das erreicht, was der Datenschutz möchte und du brauchst den, ich sage jetzt mal übertrieben, die Rechtsanwältin, den Rechtsanwalt, der die rechtlichen Normen entsprechend auslegt, ja, zitieren kann und jeder, der eben in dem Umfeld tätig ist, weiß, vor allem, wenn es noch nicht so lange ist, das sind zwei Welten, ja, also mein Standardspruch ist immer, setz drei Rechtsanwälte an den Tisch und frage sie nach einer entsprechenden Rechtsnorm, du kriegst 15 Antworten und umgekehrt geht es den Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten natürlich genauso, wenn sie Technikerinnen und Techniker fragen, ja, wie kann man denn jetzt Anonymisierung oder wie funktioniert das oder ist denn diese Verschlüsselung ausreichend oder ist die Technik anwendbar oder nicht, ist genau dasselbe, ja, also deswegen auch meiner Meinung nach ein super interessantes Umfeld, weil du eben mit vielen Sachen in Berührung kommst und genau das machen die hier am Anfang in dem Teil C, grob zu erklären, okay, man braucht genau diese Systematisierung und die Zuordnung zur DSGVO, um eben eine gemeinsame Sprache, ein gemeinsames Verständnis hinzukriegen zwischen technischen Anforderungen, organisatorischen Anforderungen. und dann geht es quasi ins Kapitel, ich würde mal sagen, C11, da geht es um die Datenminimierung, das heißt das Gewährleistungsziel der Datenminimierung, so wenig wie möglich, so viel wie nötig, das heißt angemessen steht da mal drin und Zweck, also Zweckbindung, dieses zentrale Element, das wir vorhin angesprochen haben, bei dem Beispiel, der bei der AOK da schiefgegangen ist, das heißt, wenn ich sage, ich nehme deine Daten nicht zum Zweck der Werbung, dann heißt das auch nicht oder umgekehrt, wenn ich sage, nur zum Gewinnspiel, dann auch nur zum Gewinnspiel und das sozusagen richtig zu beschränken, das ist jetzt mal ein sehr einfaches Beispiel und das kann natürlich oder das heißt natürlich, ich muss erst mal mir im Klaren sein, sozusagen von Anfang bis Ende, also wo die Daten entstehen, bis sie wieder verschwinden, was passiert in dieser ganzen Kette und das ist so bei Themen, so ein Gewinnspiel macht man ja meistens jetzt nicht, weil man zu viel hat und das einfach verschenken will, sondern das Gewinnspiel hat ja oft den Ziel, ja eigentlich das Ziel, diese Werbemaßnahme mit Adressen zu füttern und da geht es eben nicht darum, die Daten möglichst schnell wieder verschwinden zu lassen, also nicht verpuffen zu lassen, sondern da ist ja ein nachhaltiges Interesse, wie kann ich meinen Datenbestand ja qualitativ hochwertig aufbauen oder pflegen oder weiterentwickeln und genau aus dem Grund wird das gemacht und dieser Zweck, der muss halt dann genau angeguckt werden und wie gesagt, aber auch zu spiegeln, nehmen wir jetzt mal so eine Krankenversicherung zu Werbezwecken, da gibt es natürlich trotzdem noch Grenzen, das heißt, diese Daten dann auch zu beschränken auf das Minimale, was diesem Zweck noch entspricht und die dann auch nicht sozusagen wieder weiterverkaufen, ist also alles zu hinterfragen, das heißt, dieser ganze Lebenszyklus von der Wiege bis zur Bahre oder vom Entstehen der Daten bis zum Verschwinden anzugucken und ja, gibt es verschiedene Methoden, also wenig Daten, den Speicher zu begrenzen und natürlich so datenschutzrechtliche Voreinstellungen ist auch so ein Thema, also Privacy by Default nennt man das, das heißt, nicht sofort alles immer rauszuholen oder zu speichern und so weiter. Ja, wichtiger Punkt generell ist sowas tatsächlich auch zu prüfen und zu überprüfen, also sprich, kann ich mit weniger Daten eventuell auch schon zum Ziel kommen und so weiter, aber gehen wir mal zum nächsten Punkt, Verfügbarkeit, Verfügbarkeit ist auch ein wichtiger Punkt, der bei den üblichen, ich sage jetzt mal, Sicherheitsbetrachtungen, also so das, was man so, und BSI Grundschutz und überhaupt den ganzen Leuten, die sich mit Security befassen, natürlich ein ganz wichtiges, ganz wichtiger Faktor ist, der da auch Raum einnimmt, und wo ich mal kurz einen Unterschied vielleicht sehe oder ein bisschen mehr einen Fokus beim Datenschutz schon sehe, dass es hier natürlich schon darum geht, Verfügbarkeit der Daten zur Verarbeitung dann sicherzustellen und das auch unter Last, ja, also Verfahren zu entwickeln, die die Daten verfügbar machen, natürlich nur demjenigen, der auch eine Berechtigung hat, die Daten zu verarbeiten, aber eben auch nicht nur unter normalen Bedingungen, sondern eben auch unter widrigen Umständen, also was würde dann passieren, wenn zum Beispiel was weiß ich, ein System ausfällt oder ein Rechenzentrum, keine Ahnung, kein Strom mehr hat und solche Dinge, dass das tatsächlich auch überprüft wird und in den Bewertungen, in eine Risikobewertung auch mit einfließt. Und als Ergänzung dazu noch, Verfügbarkeit, begrenzt sich aber nicht nur halt auf das Technische, das war jetzt sozusagen Ausblick, wie das technisch umzusetzen ist, Verfügbarkeit ist aber auch ein Aspekt, der unterschätzt wird, ist diese Transparenz, dafür ist es auch notwendig, dass die dann verfügbar sind, also wenn ich quasi als Betroffener mal eine Anfrage mache, dass dann gesagt wird, nee, das wäre jetzt zu aufwendig, um deine Daten rauszusuchen, also auch der Aspekt gehört noch mit einer, ja in eine Verfügbarkeit, würde ich mal sagen, mit rein, die Verfügbarkeit von Daten, aber immer aus dem Punkt, welche personenbezogenen Daten habe ich da und wie ist die Verarbeitung und da kann mal eine hohe Verfügbarkeit gefordert sein oder auch mal keine oder eine niedrige und das ist sozusagen halt genau zu prüfen. Nächster Punkt, Integrität, hatten wir im ersten Teil auch schon mal kurz darüber geplaudert, die Richtigkeit der Angaben beziehungsweise der Daten, die da verarbeitet werden und eben auch die Sicherstellung, dass die im laufenden Prozess dann tatsächlich auch so bleiben, ja, also integer sind. Ein Punkt, der mir da das letzte Mal schon dazu eingefallen ist, so im Nachgang, beim drüber nachdenken, ist natürlich auch eben Eindeutigkeit von Aussagen sicherzustellen. Ich habe also schon Systeme gesehen, die unter Umständen eben, weil sie gewachsen sind, weil sie an verschiedenen Stellen bestimmte Abfragen machen, auch zu dem unschönen Ergebnis kommen, dass zu unterschiedlichen Zeiten oder eben im unterschiedlichen Ablauf es zu unterschiedlichen Einwilligungen kommt. also der Betroffene auf der einen Seite mal bei dem, bei einer Rechnung oder irgendwas, einer Korrespondenz, eine Einwilligung gegeben hat, die ist zurückgegangen und dann aber bei einem Online-Verfahren dann eine Einwilligung ihm nicht gegeben hat. Und der geneigte Anwender kommt dann sehr, sehr häufig zu dem Schluss, dass eine Einwilligung vorliegt. Und dann wird die halt verarbeitet. Und sehe ich jetzt persönlich anders, also wenn es denn zu solchen Unstimmigkeiten kommt, dann sollte man schon auch einen Prozess haben, der dafür sorgt, das eindeutig zu machen, auch wenn es nachteilig sein kann. Aber kommt in der Praxis gar nicht mal so selten vor, dass solche Situationen entstehen. Das auf jeden Fall, ich meine, das Wort kommt ja von Unversehrtheit, Reinheit, Unbescholtenheit und da kommt es halt darauf an, also sozusagen in der Datenverarbeitung, der korrekte Inhalt mit diesem Kontextproblem, das heißt, schon wie du gerade ein Beispiel genannt hast, weiß derjenige auch, für was er ein Kreuzchen setzt und weiß der Nutzer, der das dann hinterher benutzt, auch für was das Kreuzchen gesetzt wurde, also diese sozusagen korrekte Zuordnung, korrekter Inhalt, aber dann auch auf einer technischen Ebene, der sich nicht ändern kann oder wann hat der sich geändert und von welcher in welche Richtung, also so ein, da nimmt man ja schon, so Einwilligung kann man ja ganz einfach denken, da nehme ich so ein Feld, das nur zwei Zustände hat, 0 oder 1 oder war oder falsch oder ja oder nein und das lässt sich schön umschalten, aber ja wann und wurde das verändert, also sozusagen zur Integrität zählt der unmodifizierte Zustand, also es wird nicht verändert und das Gleiche kann ich erkennen, wann es geändert wurde, also sozusagen bei so einem Hinweis, von wann ist denn das und das sind so Punkte, die da alle mit drin stecken. Das ist eigentlich ein ganz guter Einstieg, mal so eine Auskunft zu probieren, einfach mal zu fragen, wo kommt denn meine Einwilligung her oder wann habe ich die denn gegeben und kann derjenige, die dann tatsächlich nachweisen, ja das ist manchmal auch ganz lustig, was für Antworten da kommen. Und hängt natürlich am Zweck, also das ist sozusagen, wenn ich das für Werbezwecke will, dann in der Tat muss man es nachweisen, also das sind genau die Dinge, je weniger Daten, ich habe also Datenminimierung, klarer Zweck, umso einfacher geht es doch dann auch, das nachzuweisen. Ja, absolut. Ja, genau. Nächster Punkt wäre Vertraulichkeit. Ja, das ist, hatten wir das letzte Mal ja auch schon so mal kurz angesprochen, logischerweise im ersten Zuge nur derjenige, der personenbezogene Daten sehen darf und die braucht und die verarbeiten muss, möchte, will, darf die dann auch sehen und nicht irgendjemand. Ja, also das Übliche halt, Berechtigungs- und Rollenkonzepte haben, die klar festlegen, wer hat darauf Zugriff, zu welchem Zweck hat er darauf Zugriff, kann ja auch unterschiedlich sein, also im Sinne von, es gibt auch Leute, die sich um so etwas wie Sicherheit kümmern, die haben unter Umständen natürlich zu ganz bestimmten Zwecken auch mal Zugriff auf bestimmte Daten, dürfen die aber unter Umständen auch gar nicht verarbeiten. Also all diese Dinge müssen sauber geregelt sein und sauber abgebildet sein in so einem Prozess. Und vor allem dann auch wieder von der Wiege bis zur Bade, das heißt, im Verarbeitungsprozess einmal aus einer, sag ich mal, wie haben wir vorhin gesagt, Geschäftslogik oder Arbeitsprozess, Arbeitsverfahren, aber auch technisch von der Wiege bis zur Bade, das heißt, Backup mit Betracht. Ja, schönes Thema. Wenn ich Berechtigung irgendwo auf der Oberfläche davor lege und die Daten liegen hinten rum oder das erinnert mich dann immer an das Beispiel, so was so als Witz immer gesagt wird, bevor du was im Aktenvernichter schredderst, mach bitte eine Sicherheitskopie, also kopieren und dann doch einen Aktenvernichter. Also das sind genau solche Sachen. Ich glaube, das Bild ist dann ein bisschen, was so schief gehen kann, soll, will, muss. Das ist übrigens ein schönes Beispiel gewesen, so Backups, das ist alles kein Hexenwerk. Das Thema ist in der Regel, wenn man es beschreibt, sich anguckt, Verfahren dafür kreiert, man muss nur daran denken. Das gibt es halt auch. Man macht Backups und dann muss man einfach sauber geregelt haben, was passiert mit denen. Dass da keiner jetzt in seiner Aufgabe versteht, da ständig reinzugucken und nach dem Wes oder nach der Joan zu gucken, was sie da alles vor dem smarten Lautsprecher in der Küche getrieben haben oder so, ist auch klar, aber eben, das muss halt sauber dokumentiert sein, muss durchdacht sein und dann funktioniert das auch in der Regel. Aber oft denkt man halt nicht dran. Und wie überall, je früher man dran denkt, in dieser Kette umso billiger ist es, weil wenn du mal deine Backups am Laufen hast, du merkst dann, oh, ich habe nie dran gedacht, dass es hier ein Berechtigungsthema gibt, also so ein Vertraulichkeitsthema, dann ist es teuer. Wenn du das von vornherein dir klar bist, sozusagen, wenn ich dran denke, an Vertraulichkeit, das von Anfang bis Ende mal drüber nachzudenken, dann ist das sehr schnell oder einleuchtend umgesetzt und jedem klar, wenn man dran denkt. Genau. Nächste Thema, sehr schön, weil du es gerade von der Kette hattest. Nicht-Verkettung. Ja, das war mein größter, mein größter Brocken, sage ich jetzt mal, wo ich, also jetzt nicht lange gebraucht habe, um es zu verstehen, aber wo ich gedacht habe, wow, das ist genau das, was im Bundesdatenschutzgesetz irgendwie nicht wirklich so konkret drin stand. DSGVO macht da ja doch ein bisschen mehr draus und auch zu Recht, nämlich die Thematik, wir haben heutzutage eine Vielzahl von Verarbeitungen von personenbezogenen Daten auch zu unterschiedlichsten Zwecken, unter Umständen auch unter den gleichen Firmen. Also wenn ich mir heute so ein Handy angucke, egal ob jetzt von Google-Betriebssystemen geprägt oder von Apple oder wem auch immer, da kommt eine ganze Menge bei der einen oder anderen Firma raus, die unter Umständen eben auch schon verschiedene Verarbeitungen darstellen, auch verschiedene Zwecke. Und die Nicht-Verkettung ist schlicht und ergreifend der Punkt, eben die Ergebnisse und Informationen aus dem einen Zweck eben nicht zu mischen mit den Ergebnissen und Informationen aus dem anderen Zweck. Das ist auch im Groben. Ja, können wir auch wieder das Beispiel nehmen hier mit Preisausschreiben, Werbung. Ja, was wir heute haben. Also automatisch Datenbestände verketten, wenn ich grundsätzlich sozusagen meine Adressdaten für Werbung hernehme, egal aus welchem Eingangstor die kommen, hat man genau dieses Verkettungsproblem beziehungsweise je mehr ich filtere, auch aus größten Datenbeständen, kannst du über Verkettung wieder was rausfinden. Neue Informationen gewinnen, genau. Also das ist ja genau so der Punkt, warum Big Data in Anführungsstrichen so ein Problem darstellt, weil Big Data ja, wenn man es ganz in der nackten Leere sich anguckt, Data Lake sagen es ja schon, riesige Seen mit Daten drin, da rühre ich halt mal drin rum, dann hole ich mir raus, was ich brauche. Das ist ja, das widerspricht ja den Grundzügen des Datenschutzes. Und was halt auch immer wieder ein Thema ist, wo man es relativ schnell auch sieht, warum nicht Verkettung tatsächlich ein Thema sein muss und sauber betrachtet sein muss, Anonymisierung oder Pseudonymisierung. Also den Versuch, eine Zuordnung zu natürlichen Personen in irgendeiner Form, technisch oder eben auch organisatorisch, aber meist technisch zu unterbinden, funktioniert natürlich nicht, umso mehr neue, andere Informationen, die verbunden sind oder die einem zugeordnet werden können, damit einfließen lassen kannst. Und da wird es dann halt wirklich schwierig. Und das ist gerade ein Thema, was sehr, sehr viel und sehr lange diskutiert wird. Gerade auch öffentliche Informationen, das, ich sage jetzt mal im großen Ganzen, kann man natürlich auch sagen, das wird nicht immer hundertprozentig gehen, das wegzukriegen, aber auch da gilt, Aufwände, die Möglichkeiten, das so weit wie möglich eben zu unterdrücken, zu unterbinden und dann eben in der Datenschutz-Folgeabschätzung auch zu bewerten. Letztendlich gehört ja das SDM zur Datenschutz-Folgeabschätzung dazu. Das ist auch mit dieser Nichtverkettung, du kannst halt auch im Nachhinein und deswegen ist das auch immer zu überprüfen. Du kannst im Nachhinein alle Maßnahmen, die du getroffen hast, kaputt machen und da gibt es, also ich erinnere mich da, so ein schönes Beispiel ist auch, du brauchst nur eine Information dazu fügen und das ist jetzt mal übertriebenes Extrembeispiel, aber funktioniert mit vielen Beispielen, wie leicht sowas geht. dazu, nimm mal irgendwo mit Daten, die du hast, dann einfach dazu, ist der Datenschutzbeauftragter in dieser Firma oder nicht. Das ist halt nur ein. Also das sind so Sachen, wo du sagst, oder das Feld Beruf kann sozusagen sehr eindeutig sein. Also man kann den ganzen Datenbestand in einer bestimmten Richtung alle anderen Maßnahmen aushebeln, darf man nicht unterschätzen. Genau, ganz historisch betrachtet, schönes Beispiel, Volkszählung. Genau das, was du sagtest, Beruf in kleineren Ortschaften, Bäcker gab es dann nicht so viele. Selbst wenn es dann zwei, drei gab, hat man da relativ schnell rausfiltern können, wer das jetzt genau gewesen ist, der da welche Angaben gemacht hat. Also da gibt es auch historisch, wie gesagt, sehr, sehr schöne Beispiele, wie das wirkt und was da zu beachten ist. Gibt es auch schöne Mathematik zu tun dazu, aber die machen wir jetzt nicht auf, das wäre zu tief. Da gehen wir lieber auf den nächsten Punkt. Transparenz. Transparenz hat man vorhin schon mal kurz gestreift, sozusagen mit dem Beispiel auch mal aus einer anderen Richtung zu denken, wenn ich an meine Daten dran will, ist also das Thema für den Betroffenen, hat man eigentlich in jedem Punkt schon ein bisschen mit drin, auch mit dem Beispiel Kontext oder wie eindeutig ist mein Ja oder Nein. Also fängt quasi bei der Erhebung an, ist mir klar, wofür ich hier meine Daten abgebe. ist das eindeutig, habe ich die Information, die ich brauche, um die Entscheidung zu treffen. Bei einem Gewinnspiel nicht ganz so tragisch wie vielleicht bei anderen Themen, da mag es wesentlich komplexere Themen geben und das ist ja sowieso die versteckten Klauseln, auch bei Verbraucherschutz ist ja auch so ein Transparenzthema, eben auch im Datenschutz, dass es mir klar ist, was das bedeuten kann und du hattest ja vorhin diese Corona-Warn-App angesprochen, das ist ja da eine riesen Diskussion und an der Diskussion sieht man, welche Dimension sowas hat. Wie Transparenz muss was sein, wie weit geht das, welche Zweifel kann es da noch geben, muss jetzt nicht bei jedem Thema so ausführlich gemacht werden, aber eben dem Zweck angemessen, also je nachdem, je kritischer die Folgen einer Datenverarbeitung für ein Individuum sein können, da sind wir ja bei dieser Datenschutz Folgeabschätzung, je höher muss mein Maßstab dann auch an diese Transparenz sein, dass der Zweck klar wird, dass klar ist, wo sind die Daten, wie lang sind die da, wann verschwinden die wieder. Ich hatte letztens auch eine Diskussion, im Moment haben wir ja noch Pandemie-Maßnahmen, wenn man zum Beispiel solche, ja, ich muss jetzt in einem Restaurant irgendwo einen Kontakt hinterlassen, also mit Kontakt meine ich Telefonnummer, Adresse, je nachdem, das ist sehr vielfältig, ist dann auch klar, wann das wieder verschwindet, also der Zweck, der scheint klar zu sein, sollte aber trotzdem irgendwo, wenn es geht, wenn man es auf Papier macht, irgendwo mit draufstehen, weil ist das auch dem klar, der diese Zettel dann bei sich im Restaurant sammelt und wie er damit umgeht. und wann er die wegwirft und so weiter und wohin. Ja, das ist also relativ interessant, nämlich genau auch die Diskussion, brauche ich da gesetzliche Vorgaben oder nicht, ja, und gesetzliche Vorgaben, da kann man jetzt so stehen, wie man möchte, haben natürlich aber trotzdem den Riesenvorteil, dass sowas sehr eindeutig geregelt sein kann. Das ist ja ein großer Kritikpunkt in Anführungsstrichen an der Corona-Warn-App, das Bundesministerium für Gesundheit sagt, nee, brauchen wir nicht, die Regierung sagt, nee, das kriegen wir ohne gesetzliche Regelungen hin, weil eh jedem klar ist, was geht, was nicht. Nichtsdestotrotz kannst du genau sowas nämlich in einem Gesetz sauber regeln, was du sonst nur annehmen musst, also im Sinne von, wo steht denn genau, wo gibt es die Rechtsgrundlage, wo kann man festlegen, dass zum Beispiel diese Corona-Warn-App dann zu einem gegebenen Zeitpunkt, und dann ist die Frage, was ist denn der gegebenen Zeitpunkt, eben dann wieder außer Kraft gesetzt wird, also praktisch gelöscht wird, beziehungsweise die Daten eben nicht mehr verarbeitet werden. Jetzt ist das natürlich bei so einer dezentralen Lösung, nicht mehr ganz so ein riesengroßes Problem wie bei einer zentralen Lösung, aber grundsätzlich ist es schon noch ein Problem. Und das finde ich da an der Stelle wirklich sehr, sehr interessant. Und Transparenz, klar, ohne Transparenz kein Vertrauen, also wenn du nicht transparent klar machst, wie was funktioniert, aus welchem Grund du was wie machst, brauchst du dich nicht zu wundern, wenn keine Akzeptanz da ist. Und eben, klar, es ist sowieso schlecht, weil es mag zu dem bestimmten Zeitpunkt so sein, aber was ist in ein paar Wochen, in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren, also das ist genau der Punkt, da hilft so eine Festschreibung und so ein Verfallsdatum im Gesetz oder irgendwas dann doch als Grundlage, weil wenn man es dann doch braucht, dann muss man sich halt wieder mit auseinandersetzen und dann nochmal neu regeln, aber halt nicht auf unendlich. Ja, und dein Beispiel fand ich da auch ganz gut, hat mich jetzt hier letztens auch mal erwischt, da waren wir auch mal unterwegs und dann haben wir so einen Blog da vorgelegt bekommen, das in der Regel kann ich mir ja dann auch nochmal schön angucken auf den Blättern davor oder so, wer da alles in dem Restaurant war, das sind schon alle Sachen, die, ich sage jetzt mal natürlich, gegebenen den Umständen entsprechend auch sinnvoll sind, absolut, auch akzeptabel, aber ja, das sollte halt geregelt sein und vor allem muss jedem klar sein, was Sache ist. Was man ja feststellen kann, das ist so eine Sache, die mich da wundert und letztendlich auch so ein bisschen gut darstellt, warum man da überhaupt ein Problem hat mit, ist so, guck dir jetzt mal an, wie manche Maßnahmen gegen Corona oder gegen die Ausbreitung von Corona schon wieder, ich sage jetzt mal, von der Bevölkerung nicht mehr so als wichtig gesehen werden, manche Sachen auch gar nicht mehr eingehalten werden, weil sich ein paar Dinge gelockert haben, das heißt aber nicht, dass das rum ist, die Corona-Gefahr ist immer noch da, denn Gegenmittel gibt es immer noch nicht, das heißt, das eigentliche Risiko ist noch genauso groß wie vorher. Auf jeden Fall und mit dieser Transparenz oder diese Transparenz ist auch die Voraussetzung für den nächsten Punkt, der da lautet, Intervenierbarkeit, Intervenierbarkeit ist quasi ja Widerspruchsmöglichkeit, das heißt, die Möglichkeit auch irgendetwas ja zu erfahren, was ist da eigentlich gespeichert, haben wir vorhin gesagt, Auskunft und dann notfalls zu sagen, ja gilt halt nicht mehr, ich habe die Meinung dazu geändert oder ich brauchte das nur für die und die Zeit, weil da war es für mich hilfreich, heißt aber nicht, dass ihr das auf ewig macht, sondern jetzt für mich nicht mehr gewollt. Falsche Information, kommt auch öfters vor, solche Dinge. Also das ist Widerspruch gegen sozusagen den Zweck, dann aber auch die Berichtigung, ihr habt da was Falsches aufgeschrieben oder da steht ein falsches Datum drin. Löschung, Neuentschränkung und so weiter. Was meiner Meinung nach echt ein wichtiger Punkt ist bei der Intervenierbarkeit, das ist halt auch ein Punkt, der so, ich sage jetzt mal bei der Sicherheit, die ja oft ein Teilbereich des Datenschutzes, technischen Datenschutzes darstellt oder ziemlich viele überschneidende Punkte hat. Intervenierbarkeit ist ein Punkt, der da auch praktisch gar nicht vorkommt. Das interessiert das BSI oder Grundschutz oder irgendwelche Sakeo, die Leute, die sich ein Verfahren angucken, eher nicht. Das ist ein Punkt, der tatsächlich sehr, sehr wichtig ist, meiner Meinung nach, für den Datenschutz. Verfahren da drin zu haben, Prozesse da drin zu haben, die dafür sorgen, dass sowas nicht ins Leere läuft. Also wenn ich jetzt als Joan da bei was weiß ich, irgendeiner deutschen Firma anrufe und sage, ich habe da jetzt Werbung bekommen, jetzt hätte ich gerne mal gewusst, was ihr da für Daten von mir habt und das dann irgendwie aufgenommen wird und dann ins Leere läuft, sprich ich da gar keine Antwort bekomme, niemand bearbeitet das und so, dann ist das nicht gut und letztendlich auch ein Problem, was auch Bußgeld in der Nachsicht ziehen kann. Genau und wenn wir jetzt wieder dieses Thema von der Wiege bis zur Bade da mal drauf gucken, ist so, sich auch Gedanken zu machen, auf wen zielt mein Geschäftsmodell, also diejenigen, die sozusagen solche Dinge, ich will jetzt nicht Bullshit-Binko machen, die Firmen, die sich sozusagen, die den Datenschutz verstanden haben, denen ist dann klar, wie man Produkte baut oder solche Dinge macht, aber wenn einer immer wieder aufs selbe zurückkommt, der will quasi das Bestmögliche für sich rausholen und an die Grenzen gehen, dann kommen auch ganz komische Dinge raus, also so zum Beispiel, wenn ich jetzt angenommen, ich will als Firma meine, was hat man so alles, was man Leute rausgibt, meine Handys verwalten, zentral verwalten, dann hat man das eine Thema und dann habe ich noch eine Verwaltung, ja okay, in welchem Büro sitzen die, das heißt, und irgendwo habe ich ein Telefonverzeichnis, hat alles mit dem Mitarbeiter zu tun und da sind wir jetzt bei dieser Intervenierbarkeit, das heißt, wenn ich jetzt den in den Mittelpunkt nehme und sage, ich verknüpfe all die Daten über den Mitarbeiter, wenn ich dann quasi wissen will, wie viel Geld habe ich für Hardware ausgegeben und auf der anderen Seite für das und das und kann das nur mit dem Mitarbeiter verknüpfen, dann ist von Grund auf schon angelegt, dass ich so ein Datum gar nicht mehr löschen kann, also sowas auch im Design, Privacy by Design, sich zu überlegen, was passiert, wenn ein Datum gelöscht wird, funktioniert dann mein Datenmodell noch, funktionieren meine Systeme noch, das heißt, auch so quasi ein Datenmodell aufzusetzen und wir kommen immer wieder zurück, weil es momentan das Thema ist, Corona-Warn-App, wurde ja über dieses Design am Anfang sehr viel diskutiert, gestritten und das ist eben ein Design, das genau davon ausgeht, okay, wie kriegt man sowas im Design schon angelegt, dieses dezentrale Design, das danach gar nicht mehr so viel schief gehen kann, das heißt, das Grundthema wurde ja vorher, also die App ist sozusagen dann nur noch die logische Konsequenz in der Umsetzung gewesen, aus der Diskussion raus, wie muss man sowas designen? Was ich ganz lustig finde, deswegen kommen wir da auch immer wieder darauf zurück, also das Thema ist zum einen, weil es halt ein schönes Beispiel ist, was sehr breit diskutiert wurde, das kennt, also wenn ich Corona-Warn-App in die Runde schreie, dann habe ich mindestens 50% der Leute, die sofort sagen, habe ich auch schon mal gehört, dass das eine, das andere ist, dass es halt sehr, sehr schön öffentlich dokumentiert ist, also so ziemlich alles ist öffentlich dokumentiert, ich glaube, jetzt sollen sogar Teile des Datenschutzkonzeptes noch mit veröffentlicht werden und so, also nicht nur die Datenschutzfolgeabschätzung und alles Mögliche, also von daher ist eine sehr hohe Transparenz, da kann man sehr gut dran diskutieren, finde ich wirklich phänomenal und dann gibt es halt ganz bestimmte Design-Elemente innerhalb dieser Corona-Warn-App, die eben genau auf das hier zurückkommen, was wir hier als zum Beispiel Gewährleistungsziele dann letztendlich auch definieren, finde ich ganz interessant. Genau, damit sind wir bei dem, zumindest bei dem ersten Teil durch, dann kommen wir zu, und das finde ich eine super Sache für den Techniker, C2, die Systematisierung der rechtlichen Anforderungen mit Hilfe der Gewährleistungsziele und das ist deswegen ganz schön, weil hier, und das finde ich als Techniker immer sehr, sehr schön, eine direkte Zuordnung der einzelnen Gewährleistungsziele zur Datenschutz-Grundverordnung und den Artikeln in der Datenschutz-Grundverordnung vorgenommen wird. Da gibt es eine Tabelle drin, da kann man sehr schön sehen. Tabellen sind geil. Wunderschön. Nicht nur, weil Tabellen geil sind, sondern vor allem, weil es für mich dann immer, ja, wo steht das denn, Datenminimierung, das findest du in Artikel 5, Absatz 1 und dann kann man sehr schön zitieren und das bringt, das bringt dann, ja, ich sag jetzt mal, Sicherheit und vor allem, die Leute haben dann das Gefühl, dass du da wirklich ganz tief drin bist. Und es ist ja auch so ein Werk, die Datenschutz-Grundverordnung ist ja nicht dünn und übersichtlich, sondern es ist ein sehr komplexes Werk und diese Tabelle, die ist sehr viel wert, weil dir genau hier dieses wo, was hängt mit was zusammen, also das ist eben so, das taucht in vielen Dingen auf und an vielen Stellen und das ist halt nicht alles eindeutig und mit dieser Tabelle kann man schön durchgehen, also so Beispiel, da ist jetzt hier quasi dann die Transparenz, wo finde ich die Regeln in der DSGVO hier im Artikel 5, brauchen wir jetzt gar nicht drauf eingehen und dann haben wir die Nichtverkettung, die taucht dann auf und diese Intervenierbarkeit taucht an ganz vielen Stellen auf, aber auch die Datenminimierung ist öfter genannt und das ist schon schön, also sozusagen Fehler, Diskriminierungsfreiheit, Integrität ist auch mehrdimensional und das lässt sich hier schön durchgehen, also allein die Tabelle ist es schon wert, in dieses Papier mal reinzugucken auf Seite 29, also wer das mal aufmacht und kämpft sich bis auf die Seite 29, 30 vor, der hat da sehr viel Mehrwert, weil allein die Tabelle sich anzugucken, wenn man sich mal so rechtliche Regelungen erschließen will, die ja auch sehr abstrakt sind, da ist das ein schöner Ankerpunkt, das ist also quasi wirklich schön, ja, wirklich für die Praktiker gemacht. Absolut. So, und dann kommen wir zu dem Teil D und den finde ich halt auch so total spannend, auch wenn er sehr abstrakt ist, aber das ist auch gut so, ja, weil zu detailliert macht dann auch manchmal gar nicht wirklich Sinn, vor allem, weil die Änderungsmodi jetzt nicht alle fünf Wochen irgendwelche neuen Techniken aufweisen können und von daher macht das schon Sinn, da ein bisschen zu absahieren und zwar ist der Teil D die praktische Umsetzung. Der Titel schon, ja, genau das ist Wahnsinn. Und ja, da werden halt wirklich zu den einzelnen Faktoren, die wir genannt haben, Gewährleistungsziele, die wir genannt haben, im Prinzip kurz aufgelistet, was sind denn die typischen Maßnahmen dazu? Also was würde denn zum Beispiel bei D11, wie geht es dann los? Verfügbarkeit, was sind typische Maßnahmen zur Verfügbarkeit? Wie kann man das umsetzen? und das finde ich halt auch, ich sage jetzt mal so, als Steckbrief, als erste Annäherung, dass man das noch konkretisieren muss, ist unbenommen, ja, aber als erste Annäherung, als Hilfestellung, habe ich denn da drüber schon nachgedacht, habe ich da, habe ich irgendwas vergessen? Da ist das wirklich sehr, sehr wertvoll. Und Ziel ist es ja jetzt auch durch unseren Podcast so ein bisschen die Angst zu nehmen, weil manches klingt halt sperrig, als wenn ich gucke, okay, Teil A bis E und dann hier Teil D praktische Umsetzung fängt gleich an mit der nächsten Überschrift generische Maßnahmen, also alles so richtig schön eingängig, wo jeder denkt, was wollen die von mir? Aber dann, wenn man sich durchkämpft, quasi Mut haltet durch oder springt dann gleich mal auf die tiefere Ebene und wie bei dem Beispiel hier Verfügbarkeit steht halt drin hier, Sicherheitskopien, gucken, deine Konfiguration, deine Datenstrukturen, genau, Schutz vor unseren Einflüssen, ein Konzept, wie kann ich es wieder herstellen, äußere Einflüsse, genau, Sabotage, höhere Gewalt, Schadsoftware, haben wir jeden Tag, wenn wir Windows benutzen. Dokumentiert ihr das Zeug. Guck, wenn du Verfügbarkeit brauchst, also hochverfügbar, dass du Sachen doppelt oder dreifach hast oder Ausfallsicherheit doch, ich habe da noch ein System, alles, was du halt brauchst oder Belastbarkeit, also dass du, ja, hohe Nachfragen, also diese Corona-Warn-App zum Beispiel, die muss belastbar sein im Backend, also die App selber nicht, sondern angenommen, die rollst du auf ganz, ganz viele Menschen aus, also im Moment sind sie, glaube ich, bei 16 Millionen Installationen, aber manche sagen, ja, warum nicht jeder, geh mal auf, sagen wir mal, jeder kann sowieso nicht, aber geh mal über eine Milliarde, was du da allein an Datenkomplexität und so weiter hast, also da brauchst du belastbare Systeme, weil das unterschätzt man ganz schnell, da gibt es, ja, einen schönen Podcast, den UKW vom Tim, vom Tim Pridlaff, wo er mit zwei Entwicklern von SAP, die da mitgeschraubt haben oder mitentwickelt haben, spricht, da kommt auch vor, wie sie mal hochrechnen, was da eigentlich für Datenmengen notwendig sind und wo da die Grenzen sind sozusagen. Ja, genau, die, also finde ich total spannend, also den Podcast finde ich sowieso sehr spannend, ruhig mal anhören, um da ein bisschen Hintergrund zu kriegen, nee, einfach, klar, jedes Handy, ja klar, für das Handy sind das wenig Datenmengen, die da hin und her geschoben werden, ja, also im Prinzip her ja sowieso weniger, aber jede Nacht oder jeden Tag werden ja im Prinzip einmal am Tag diese Updates geschoben, wie viel da eventuell eben einen Positiv-Key haben. die Thematik hört sich erstmal ganz unproblematisch an, aber wie gesagt, bei, wie viel hast du gesagt, wie viel sind es jetzt, 16? 16 Millionen. 16 Millionen Handys, die da jede Nacht oder jeden Tag da einmal in 24 Stunden so ein Update bauen, das musst du auch erstmal irgendwie übermitteln, ja, das sind lauter so Fragen und ich finde, das ist wirklich total spannend, also und, und wo hier diese, ich sag jetzt mal eher auch, das sind ja Spiegelstriche im Prinzip hier, die Maßnahmen so ein bisschen benennen, einfach mal jedem Spiegelstrich mal ganz kurz drüber nachdenken, was habe ich da getan, ja, habe ich das im Griff, was da steht oder habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht oder habe ich da alles bedacht, was, was notwendig ist und da einfach auch nur mal aufschreiben, ja, klar, haben wir, nee, haben wir noch nicht, müssen wir noch diskutieren und so weiter und so fort, hilft ungemein, wirklich. Ja, und da, ich meine, das sieht man auch hier im Letzten, also wenn man jetzt guckt, wir sind ja noch im Punkt Verfügbarkeit, wie zum Beispiel Vertreterregelung für nicht, für abwesende Mitarbeitende, genau, auch für den Arbeitsprozess, also das ist nicht nur irgendwie IT, sondern das ist auch das, was so eine Botschaft sein soll, Datenschutz ist nicht Technik, Datenschutz ist viel mehr, das ist sozusagen einmal von dem Rechtlichen, da kommt es von der Ethik, Menschenrecht, Grundrechte, Verfassung oder wie man es nennen will, also so wirklich, so ein schwergewichtiges rechtliches Thema, bis hin zu den Umsetzungsregeln und der Kontrolle, aber Technik auch ein Aspekt, aber halt auch Arbeitsabläufe, Prozess und solche Dinge, da ist eine Menge drin und ja, nächster Punkt, Integrität, ist auch eine schöne Liste hier, kann man einfach durchgehen, wollen wir hier jetzt aber nicht machen, Einschränkungen, ein paar so Beispiele, dann Einsatz vom Prüfsystem, hat man vorhin schon mal, wann ist ein Datum, wie kann ich das feststellen, sind hier eben Beispiele, kann ich ein Kryptoprotokoll nennen, also kann ich sowas wie ein Hashwert machen, sind sehr schöne Stichworte drin, dann wie wir vorhin gesagt haben, bei so einem Datenwall, kann ich überhaupt löschen, bis hin zu IT-Systeme härten, damit die sich sozusagen, damit die nicht alles auf einmal machen, nicht angreifbar sind, nicht fehlerbehaftet sind, weil sie dann Fehlfunktionen haben können, also einfach so eine schöne Checkliste, was ich lustig finde ist, was ich ganz interessant finde, ist der Punkt Festlegung des Sollverhaltens von Prozessen, finde ich deswegen ganz lustig, dass man heute, also ich sage jetzt mal, als Entwickler hat man ja eigentlich das Problem, zumindest derjenige, der von außen drauf guckt, oder ich sage es jetzt mal anders, ich hatte immer das Problem bei vielen Entwicklern, denen klar zu machen, dass ihr bitteschön, wenn ihr was entwickelt, auch drauf zu gucken habt, was eben das Nicht-Sollverhalten angeht, also was macht diese, was macht so eine Software, wenn sie sich nicht so verhält, wie sie eigentlich soll, macht es aber kaputt, funktioniert das alles noch, was passiert da im Hintergrund, und das eigentliche Festlegen des Sollverhaltens ist ja, ich sage jetzt mal, ist ja eh klar, ich meine, ich lege als derjenige, der sagt, die Software soll das und das tun, oder der Prozess soll das und das abbilden, lege ich ja fest, was ich da reinstecke und was da hinten rauskommen soll, also eben das Verhalten dieses Prozesses, beziehungsweise der Software. Heutzutage musst du, ja, aber ist klar, früher war das das einzige Ziel, dass die Software, die durfte jeden Unsinn machen, aber das, was sie machen sollte, das musst du mindestens auch tun, sonst hast du kein Geld gekriegt, ganz einfach. Heutzutage musst du das schon reinschreiben, also du schreibst jetzt hier schon rein, dass du festlegen musst, was das eigentliche Sollverhalten ist, weil das natürlich auch wichtig ist und es muss auch getestet werden, dass das auch passiert. Ist schon klar, wie das gemeint ist, ich finde es halt trotzdem ganz lustig, dass man, ja, wir haben halt viel, viel unsinnige Software heutzutage, die macht alles möglich, nur nicht das, was sie soll, deswegen ist es ganz gut, wenn wir mal festlegen, zumindest bei der Integrität, dass sie bitteschön, mal festschreiben sollen, was sie eigentlich macht, die Software und es kontrolliert. Und nicht immer an die komplizierten Sachen denken, also ich erinnere mich da an eine, die ist schon viele Jahre, Jahrzehnte her, die Diskussion, und zwar Adressbuch oder auch so Kippurztagsliste, das ist ja so das typische Thema, was ein Datenschutzer ganz schnell konfrontiert wird, wo auch viele ganz schnell an ihre Grenzen kommen und überfordert sind, weil das naheliegendste und Einfache ist manchmal das Schwierigste und ich habe da auch diskutiert, hier ging es um Adressbuch im Unternehmen, ja wie soll ich da jetzt Zweck, Zweckbindung, wofür ist es da, sage ich, ich schreibe es da hin, ich erkläre dir dann schon warum und dann sage ich, hier schreib mal hin, ja hier die Telefonnummer, na klar, dass ich den anrufen kann, sage ich ja auch, da schreibst du jetzt hin, Zweck, um mit dem Kontakt aufzunehmen, Zweck ist eben nichts anderes und genau das ist es, sozusagen du legst damit fest, was du auch alles nicht darfst und was du mit der Telefonnummer dann nicht machen darfst und bei so einem banalen Beispiel, ich kam mir da am Anfang auch irgendwie blöd vor, aber das ist vor allem bei so naheliegenden, einfachen Dingen, wo wir gesagt haben, ja naheliegend und einfach selbsterklärend, nee, heute vielleicht, aber morgen nicht mehr und in zwei Wochen weißt du das auch nicht mehr, geschweige denn in 20 Jahren und das ist, ja eine E-Mail-Adresse kann nämlich dann zum Mailen gedacht sein, aber die kann gleichzeitig halt ein Account sein, woanders, das heißt, da ist quasi eine Berechtigung plötzlich und das sind Dinge, wenn man das irgendwo festhält, je komplexer die Systeme werden, umso hilfreicher ist das dann auch und das hilft auch wieder bei einem anderen Thema wie der Robustheit, wenn einer einen Fehler sucht, hilft sowas natürlich auch, jo, und so geht es quasi durch alle anderen Punkte, können wir nochmal ein Beispiel machen hier bei der Vertraulichkeit, ja, Berechtigungsrollenkonzept hat man schon immer genannt, mal gucken, ob da was drin ist, hier, sicheres Authentifizierungsverfahren, kannst du dich da auch anmelden, ist das System zuverlässig beim Anmelden? Ich kann, ein super Beispiel, Authentifikation bei Windows 97, da musstest du Username, Passwort eingeben und in der, ich glaube die erste Version oder 1.1er war es sogar noch so, dass du da einfach Return drücken konntest und da warst du drin, auch wenn du den Username, Passwort angelegt hast, war ein Fehler von dem System, war so das erste, was überhaupt so Multi-User-Entry-Geschichten implementiert hat, im vorherigen System 3.1 und so gab es das alles nicht, fand ich eine ganz lustige Sache, bin ich hier letztens erst wieder drüber gestolpert mit so alten Systemen, ich befasse mich ja hier manchmal mit so alten Systemen, muss ich ja auch als John wegen diesen fliegenden, wie war das nochmal? Russland. Genau. Hinter der Dunkelheit. Hinter der Dunkelheit. Hinter der Dunkelheit, also genau. Und fand ich lustig, habe ich gar nicht mehr dran gedacht, aber das war wirklich so, da konntest du Username, Passwort und konntest du einfach auch einfach Return drücken, da war es auch drin. wäre kein schönes Verfahren, was... Ja, genau. Dann natürlich auch, passt zu dem Vorhin-Aufschreiben, festlegen, organisatorische Abläufe, also nicht nur hier die Technik, sondern auch, was dürfen die Leute? Muss ich den Leuten was erklären? Muss ich denen sagen, was sie dürfen, was sie nicht dürfen? Wäre hilfreich. Dann, ja, nächster Punkt, Nicht-Verkettung haben wir jetzt schon ein paar Mal dieses Wort, aber das ist, da sind auch schöne Sachen drin, also es ist ein bisschen sperrig, aber halt Verarbeitung, Nutzungszwecke, Rechte. Ja, eins meiner Lieblings... Schnittstellen wieder abschalten, schließen, Kommunikation beenden, ist auch so ein Thema, nicht Verbindungen stehen lassen unbedingt, wenn ich es nicht brauche. Ja, Zweckbindung, ganz wichtiges Thema, wenn die nicht mehr gegeben ist, muss auch keine Verarbeitung mehr, dann muss auch alles, was Schnittstellen angeht, auch entsprechend effektiv unterbrochen sein und wie gesagt, eins meiner Lieblingsthemen ist, um so eine Beendigung hinzukriegen, tatsächlich über Anonymisierung nachzudenken und zu gucken, wie kann ich denn mit anderen technischen Maßnahmen eine Weiterverarbeitung legitimieren, weil eben keine personenbezogenen Informationen mehr drin sind, aber dann muss man sich auch vorher schon mal Gedanken drüber machen und da bitte ich auch immer drum, macht euch Gedanken, wie Anonymisierung, also steht hier auch Pseudonymisierung drin, Pseudonymisierung ist ja nochmal was Besonderes, weil grundsätzlich nach der Datenschutzgrundverordnung auch ein personenbezogenes Datum, aber Anonymisierung, Leute, guckt euch an, wie ihr anonymisiert und lasst euch bitte bestätigen, dass das auch ein ausreichendes, adäquates Mittel ist oder ein Prozess ist, der da auch zu einer Anonymisierung führt, die den Zwecken ausreichend ist, ja, also nur irgendwie, ich habe jetzt hier ein schönes Beispiel gehabt, die Buchstaben durcheinander würfeln, macht wenig Sinn, weil man dann den Nachnamen und den Vornamen jederzeit auch wieder herstellen kann, mit ein bisschen probieren und so, also ist ein wichtiger Punkt, wird oft vernachlässigt. Was ich auch spannend finde, ist der Hinweis also auf die Trennung, das heißt so ein Mehraugenprinzip oder Mehrpersonenprinzip, also Rollen zu trennen, dass nicht einer alles darf oder vielleicht ich gemeinsam Dinge darf, weil so ein gesamter Datenbestand lässt sich dann vielleicht nicht verhindern, aber wie trenne ich den oder Mandantenfähigkeit, das heißt, ich habe da verschiedene Töpfe, vielleicht bin ich Dienstleister und biete das System mehreren Kunden an, dann sollte das dahinter nicht unbedingt so ein System sein, wo einer immer auf alles kommt, weil da geht viel schief, also solche Dinge zu trennen oder auch der, der kontrolliert, den zu trennen, von dem der eingibt, macht man auch beim Kaufmannsrecht oder bei den Kaufleuten. Es gibt ein schönes Beispiel, finde ich, wo vier oder mehr Augenprinzip dann tatsächlich wichtig ist, nämlich es geht ja vor allem um die Verhinderung von Missbrauch, also dass jeder hier nur das Gute möchte und keiner was Böses im Sinne hat, das ist unbenommen, das glaube ich auch jedem, nichtsdestotrotz muss man sowas ja in den Griff kriegen. Wenn ich dann immer wieder Rollen habe, wo einer ganz allein Entscheidungen treffen kann, wo einer ganz allein sich Datenbestände angucken kann, die vielleicht sogar kopieren kann, was auch immer, abfotografieren, was hattest du eben vor dem Schretter halt noch einmal in den Kopierer legen oder so, dann ist das immer ein bisschen schwierig und da hilft halt ein Mehr-Augen-Prinzip immer, dass da mehrere Leute vielleicht sogar aus unterschiedlichen Umgebungen, Abteilungen oder so beteiligt sind, dann kann der eine auf den anderen im Prinzip ein bisschen Acht geben und gucken, dass das, was da gemacht wird, auch das ist, was da gemacht werden soll und nicht irgendwie was anderes, so nach dem Motto, nebenbei noch eine CD ziehen, die ich dann auf dem Schwarzmarkt irgendwo anbieten kann und mich dann wundere, warum die Firma irgendwie Strafe zahlen muss. Also finde ich auch ein adäquates Mittel, was ruhig öfters eingesetzt gehört. Auch wenn es immer banal klingt, dann auch umsetzen, also so Sachen, ich habe da ab und zu mit so Ermittlungssachen zu tun, wo halt dann auch klar vereinbart wird, wo ich sage, jetzt macht ihr das und das, okay, was habt ihr vor, dann macht das und wenn ihr das habt, dann gucken wir das gemeinsam an und erst dann machen wir weiter, also sozusagen so Zwischenstops. Die sind meistens nur formell, aber die werden dann auch dokumentiert und wenn man das mal mit den Leuten, die ermitteln, durchmacht, ich habe die normale Erfahrung, die bedanken sich auch hinterher, weil das auch für die hilfreich war, sowas zu dokumentieren. Das heißt, die fühlen sich dann auch selber abgesichert und fühlen sich dann auch wohler dabei, weil die auch merken, wenn die in solche Inhalte reingucken, uiuiui, ich sehe da Dinge, die ich vielleicht gar nicht wissen will und so weiter. Also das ist also nicht nur so ein einseitiges Ding, das hilft da. Und ja, einen Punkt fällt mir noch auf, das ist der letzte, ein geregeltes Zweckänderungsverfahren, weil das ein schöner Hinweis ist, denn die DSGVO hat ja da eine Öffnung, das heißt, ich kann unter bestimmten Umständen nachträglich einen Zweck ändern, erweitern und so weiter und das sollte man sich natürlich auch genau angucken, weil so eine Möglichkeit hatte man ja im alten Recht eigentlich gar nicht oder so, so eine klare Regelung zu dem Thema. Eine Möglichkeit gab es schon, aber es gab keine klare Regelung dafür und das ist da auch nochmal ein guter Hinweis und das zeigt, wie umfassend diese Liste ist. Ja. Nächster Punkt, hatten wir schon ein paar Mal, aber jetzt mehr konkrete Angebote an Maßnahmen. Ja, also Dokumentation ist die Grundsätze, also ist eins der grundsätzlichen Dinge, die für Transparenz notwendig sind. Ohne Dokumentation ist Transparenz schwierig. Das heißt, in fast jedem dieser Punkte, die hier aufgeführt sind, ich will gerade mal gucken, ich glaube in, nicht nur fast jedem, doch einen Punkt gibt es, wo nicht Dokumentation drin steht. Ansonsten steht ja bei jedem Punkt Dokumentation, Dokumentation, Dokumentation. Also wichtig, dokumentieren. Und zwar, das ist auch ein wichtiger Punkt, der mir in der Praxis immer wieder, ja, sagen wir mal, Sorgen bereitet. Dokumentation, die das dokumentiert, was ist und nicht was sein könnte. Ja. Oder sein sollte. Wünscht dir was. Oder es schön wäre, zu sein, ja, sondern Dokumentation, die das widerspiegelt, was ist. Auch wichtig für Dokumentation, immer saubere Prozesse implementieren, die das auch regelmäßig prüfen. Weil so Produkte, Projekte, Datenverarbeitungssysteme, die man hat, die ändern sich ja auch im Laufe der Zeit. Die werden alt, werden ersetzt, werden neue Sachen reingebaut und so weiter und so fort. Dokumentation ist nur so viel wert, wie sie das widerspiegelt, was in der Realität auch stattfindet. Ganz wichtiger Punkt. Und dann geht es hier um, ja, logischerweise mit einer guten Dokumentation kann ich Informationen weitergeben an denjenigen, der da betroffen ist, der da Rechte hatte, die er dann auch nutzen möchte. und zwar in allen möglichen Umgebungen und Situationen. Also hier erster Punkt, ganz klar hatten wir eben auch, welche Verarbeitungstätigkeiten habe ich denn da überhaupt und kann ich denn nachweisen, was zum Beispiel Rechtsgrundlagen sind. Also wir hatten das Thema Einwilligung, muss ich natürlich auch irgendwie nachweisen, dass eine Einwilligung vorliegt. Ja. Ja, oder auch die Versionierung. Hier ist klar, zu welchem Zeitpunkt was gegolten hat. Ja, genau. Also welche Version befinde ich mich? Am Anfang macht man es vielleicht, dann aber lässt man es schnell bleiben. Also da, das sozusagen immer wieder zu tun, ist sehr auf, es ist schwierig, weil es liegt, es ist menschlich, das nicht zu tun, sich da zu wehren. Routine mögen viele nicht, manche brauchen die und hier so eine Versionierung ist auf jeden Fall hilfreich. Ja, ja, ich habe das mit dem Datenschutzer besprochen, ja, aber was hast du mit dem besprochen? Welche Version? War das vor, ach, vor 13 Jahren mit welchem Datenschutz? Auf Grundlage welches Gesetzes? Also das sind so Sachen, ja, und dann geht es gleich weiter mit der Intervenierbarkeit, die wir auch schon hatten, die hier auch ist. Da finde ich bemerkenswert, dass da der erste Punkt, noch ist, weil den hat man, glaube ich, so noch nicht angesprochen, kann ich eine differenzierte Rücknahme, also das ist sozusagen ein Punkt, geteilt, das heißt, ich kann teilweise zurückgehen von irgendwas oder ich kann Teile widerrufen, sich sowas zu überlegen, wie das funktioniert. Also nicht nur, ja, nein, und wie sitze ich es um, kann ich ein Datum löschen, sondern gibt es da Stufen dazwischen? Ist auch ein schöner Hinweis und sozusagen dann Kennzeichen dafür zu setzen, dass ich das auch irgendwo nachvollziehen kann, was aber auch so, die Dualität des Datenschutzes wieder ausmacht, weil du sollst damit aber auch kein Überwachungssystem aufbauen. Also das ist sozusagen sehr heikel, zu viel auch nicht und die Dinge durchgehen, aber dann halt auch angemessen umsetzen. Genau. Ein schöner Punkt, der mir dann nochmal ins Auge gesprungen ist, weil der auch in der Datenschutzgrundverordnung natürlich einen Punkt einnimmt, der wichtig ist, aber auch im Bundesdatenschutzgesetz schon auch ein Thema war, nämlich Scoring, Profilierung oder Profiling von Aussagen, die über personenbezogene Daten dann halt getroffen werden können. Der typische Thema ist Kreditvergabe und solchen Zeugs. Kommt nicht so häufig vor, aber wenn es vorkommt, ist es halt ein ganz heikler Punkt. Und da ist halt auch hier ganz wichtig, Transparenz funktioniert nur, wenn ich sauber dokumentiere, was sind die Faktoren für eine Profilierung, für ein Scoring, wie werden solche Entscheidungen getroffen und was für Gegenmaßnahmen ich zum Beispiel auch für Überprüfungen da noch drin habe. Schönes Thema deswegen, weil künstliche Intelligenz ja ein ganz riesiges Umfeld bietet, wo wir mittlerweile, nachdem es jetzt ein paar Jahre wieder sehr gehypt wurde, das ist ja kein neues Thema, KI gab es ja schon in den 60ern, das Thema deswegen doch immer wieder hochkommt, in letzter Zeit eben über KI dann eben so dieses Profiling zu machen oder eben Scoring, wo wir gerade die letzten Monate viele Dinge gehört haben, wo das halt nicht funktioniert, weil es eben nicht diskriminierungsfrei ist. Ja. Weil ganz bestimmte Dinge da halt einfach gar nicht eingeflossen sind. Ich will da nur dran erinnern, hier, was war das hier mit, in Amerika irgendwie Wert besonders gefährdet ist, Straftaten zu machen und so und dann letztendlich klar war, dass das ja im Endeffekt total diskriminierend, das ganze System total diskriminierend aufgebaut war schon. Und also KI ist da kein Hilfsmittel, wird auch, glaube ich, ich habe da irgendwie im Ohr, dass zumindest bei der Kreditwirtschaft KI praktisch eher ein Tabuthema ist. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, die haben sich da irgendwie mal dazu durchgerungen, das komplett rauszunehmen zu sagen, machen sie nicht, weil sie letztendlich auch gar nicht darstellen können, wie denn diese Ergebnisse entstehen. Also warum hat die Joan eben keinen Kredit bekommen? Dann habe ich das Recht, mir dann von denen sagen zu lassen, hier, wie macht ihr das überhaupt? Wie ist denn das rausgekommen? Und mit KI ist das halt schwierig zu erklären. Das ist da, glaube ich, ein Haftungsthema sozusagen. Die haften dann für Entscheidungen und können sozusagen nicht erklären und das ist ein hohes Risiko dann auch finanziell für die. So erinnere ich mich zumindest an die Diskussion, aber ich kann dir auch im Moment den aktuellen Stand nicht sagen. Jo, was... Aber kommt auch hier vor. Also finde ich... Ja, ist auf jeden Fall... Genau. Ja, dann... So, was haben wir? Intervenierbarkeit. Intervenierbarkeit hat man schon, die Differenziertheit, das hat man schon, also dass das sozusagen teilweise ist und dann käme auch nochmal die Datenminimierung natürlich und da geht es halt auch darum, welche Attribute, weil es ist ja nicht so, dass du nur ein Datum hast, du hast ja gleich immer die Umstände dazu, das Metadatum und so weiter und da auch dran zu denken, brauche ich wirklich alles oder sozusagen bei Bildverarbeitung brauche ich wirklich alles, was da drin steckt, um meinen Zweck da zu erreichen, also nicht sicherheitshalber mal mehr erfassen, sondern eben Daten minimieren, schützt vor Missbrauch und vor nachträglichen Begehrlichkeiten. Ich will ja nur daran erinnern, Mautbrücken, ja, Ziel, Zweck der Mautbrücken ist die Überprüfung der erhobenen Maut, also die Mautbrücken selbst machen ja nur Stichprobenprüfung der eigentlichen Mautzähler, das funktioniert irgendwie eben nicht über die Brücken, sondern da gibt es andere Gerätschaften an der Autobahn, die die LKWs im Prinzip zählen und deren Weg dann umrechnen und darüber dann die Maut berechnen, diese Brücken machen dann nur eine Stichprobe, aber worauf das jetzt hier anspielt, ist natürlich so diese Begehrlichkeit, da werden ja Bilder gemacht von Nummernschildern, die werden auch aufgehoben und dann kam dann irgendwann die Idee logischerweise hoch, ah ja, da können wir ja eigentlich mal gucken, wer da wann zu welchem Zeitpunkt mit welchem Auto, also nicht nur LKW, da wohin gefahren ist und das war eine Riesendiskussion und da war halt auch das Thema, Zweck war eigentlich ein ganz anderes, die Daten sind aber da, Begehrlichkeiten sind da und dann wird das immer direkt so ein Problem. Ja und ich meine, Begehrlichkeiten gibt es da immer und auch Naivität dazu, ich erinnere mich, so eine Diskussion, das war glaube ich so Ende der 90er, also schon lange her, da ging es um Kreditkartenkriminalität und dann kamen die Chipkarten, Chip basiert und wie kann man das noch sicherer machen und so weiter, wo dann auch Ermittlungsbehörden eigentlich überrascht waren, da merkt man auch die verschiedenen Dankansätze, was ihr speichert die Pins nicht, also die ging tatsächlich davon aus, dass sozusagen eine Bank diese Pins zentral speichert, es gab wahrscheinlich auch welche, so das ist wieder dieser zentrale, dezentrale Ansatz, ich bin mir sicher, da gab es auch welche, die das zentral gemacht haben, aber die, die es richtig implementiert haben und die zentral, was ihr habt da keine Hintertür drin, also das sind genau diese Sachen, die da drinstehen, wo ich sage, ja kann man auch von einer ganz anderen Richtung rangehen und das ist, da sind wir dann automatisch bei dem letzten Punkt, Gewährleistungsziele als Designstrategie, der dann nochmal zusammenfasst, halt das Thema, den Grundsatz, Datenschutz durch Technikgestaltung, also by Design und by Default, also Technikgestaltung und Voreinstellung, by Design wäre jetzt so ein Thema wie, ja, ich sehe das gar nicht vor, also ein Passwort wird nicht zentral abgelegt, das wird generiert, das wird sozusagen sicher übermittelt und es existiert nur dort und datenschutzfreundliche Voreinstellung ist das Thema, was wir Negativbeispiele, Webseiten aufrufen und dieses Cookie Banner immer aufregt, das ist immer ein Beispiel, wie es schief gegangen ist und da unterstelle ich auch Absicht, das absichtlich zu machen und falsch zu machen, um die Leute zu ärgern, damit sie auf den Datenschutz schimpfen, aber das Fass machen wir jetzt nicht auf, das haben wir schon öfter diskutiert und das ist quasi, ja, nochmal die Zusammenfassung, wie man das grundsätzlich implementiert. Schöner Punkt ist dann auch, ja, was kommt wieder auf diese Corona-App zurück, was ja jetzt so ein bisschen in der Kritik steht, nämlich diese Thematik, Datenschutzfolgeabschätzung muss vor der Erstellung eines Produktes, eben jetzt hier dieser Corona-Warn-App, gemacht werden und dann das Design von vornherein so darauf abzustellen, dass eben Protection by Design, Datenschutz by Design gewährleistet ist. Da kann man sich drüber streiten, also im Grundsatz ist das vollkommen richtig, am besten natürlich vorher, aber bei der Corona-App finde ich die, die Gegenargumentation auch nicht von der Hand zu weisen, dass das natürlich nur dann möglich ist, wenn du die Zeit dazu hast. Also wenn du das praktisch parallelisiert in so einem sehr kurzen Zeitfenster, ich weiß nicht genau, wie lange haben die für diese dezentrale App gehabt, fünf Wochen, sechs Wochen, irgendwie sowas. Ich glaube 50 Tage war die Zeit von Auftrag bis Veröffentlichung, waren größere 50 Tage. So, da kannst du natürlich jetzt, das ist natürlich nur schwer, sag ich jetzt mal, vorher dir über die Datenschutzfolgen bis ins kleinste Gedanken machen, das durchdiskutieren in der Öffentlichkeit und dann anfangen, irgendwas zu programmieren, zu tun. Dann wären wir wahrscheinlich genauso weit wie die Engländer oder noch weiter davon entfernt, was zu kriegen. Aber der grundsätzliche Gedanke dahinter und der grundsätzliche Ansatz ist natürlich vollkommen richtig. Vorher Gedanken machen, ins Design mit einfließen lassen. Also was wir eben hatten, Datenminimierung, das kann ich nicht hinterher machen. Ich kann nicht erst überlegen, 150.000 verschiedene Daten zu erheben und dann mir hinterher Gedanken darüber zu machen, was kann ich jetzt alles weglassen, was brauche ich nicht, sondern das wäre schon klug, das vorher zu tun. Und das gehört da alles mit dazu und das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Ansatz. Da hilft das SDM genauso wie die Datenschutzfolgeabschätzung bei. Genau, so eine Designstrategie. Und weißt du, was auch eine gute Designstrategie oder vorausschauend datenschutzfreundlich ist? Wenn wir unsere Zuhörerinnen nicht überfordern und sagen, bevor wir jetzt in die nächsten Punkte einsteigen, weil jetzt kommt so ein Abschnitt, geht es weiter mit Verarbeitungstätigkeiten, da geht es quasi in eine ganz andere Thematik rein. Würde ich mal sagen, ist das ein guter Abschluss und zu sagen, ein Cut, weil sonst fallen euch die Ohren ab, oder? Was meinst du? Ja, also wir haben 100 pro wieder zig Sachen vergessen, aber macht ja nichts, weil... Wir haben es ja vergessen und den Rest kriegt ihr auch noch um die Ohren gehauen. Irgendwann. Also mach's gut, du bist. Ciao. Ciao. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen wesen Sie die Gesetzgebung und Fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt. Das ist ein guter Abschluss. Das ist ein guter Abschluss. Vielen Dank.